Nach der extremen Rekordhitze mit 40 Grad können wir jetzt zumindest kurzzeitig durchatmen. Besonders auch in der kommenden Nacht. Temperaturen von 20 bis 25 Grad haben wir nicht mehr. In Berlin 19 Grad, sonst deutlich angenehmer, besonders an den Alpen. Sogar recht frisch mit Tiefstwerten von bis zu 12 Grad. Schauer und Gewitter am Abend ziehen so langsam ostwärts ab, dann kann sich ein bisschen Nebel bilden. Besonders im Norden bleibt es recht grau und auch immer wieder nass. Und daran ändert sich am Freitag tagsüber nicht allzu viel. Also hier ein paar Regentropfen, wirklich viel wird es nicht sein. Je weiter wir nach Süden gehen, desto mehr Sonnenschein gibt es. Und dadurch haben wir auch große Temperaturkontraste unter den Regenwolken. Vergleichsweise frisch mit 18 bis 22 Grad. Im Süden wird es nochmal richtig heiß mit Spitzenwerten von bis zu 36 Grad.